Aber ich glaube, sobald die merken, dass der das ist, wird er auch gesperrt. Wenn jetzt seine Stimme ist, holen wir, ich bin Borelou. Dann ist was anderes. Aber dann weiß ja keiner, dass der es ist. Ist doch egal, probieren. Du musst einen neuen Charakter finden. Ja, musst du ihnen sagen. Ja, ist halt schade, wie es gekommen ist, aber ja, so ist das. Ich finde aber echt schade. Er hat sich echt so hoch gearbeitet. Gerade, wo es jetzt läuft, seit Jahren, finde ich wirklich schade. Ist auch hart für ihn, ne? Bruder, der war fix und fertig mit Nerven heute. Ist ja normal. Bruder, ich stelle mir vor, von heute auf. Aber du machst das auch. Wie lange machst du das mit, Engel? Wie viele Akkons sind von dir gesperrt? Ja, wir haben Glück gehabt, Bruder, wegen guten Fans. Wir haben immer noch 2000. So viele Leute. Aber ja, ich mache das seit einem Jahr mit schon. Verstehst du, Schmein? Was willst du sagen? Wie oft wurdest du zu Unrecht? Aber ich habe nicht dieses Ding gehabt, was er hat mit meinem Gesicht. Was ist das? Ja, Bruder, das ist... Sag dir ehrlich, schwache Menschen können... Weißt du, was er mir auf dein WhatsApp sagt? Er sagt, diese Michi, diese Gottwunder, alles wegen ihm, wer bin ich überhaupt, dass ich da einmische? Er sagt, tut mir leid, Wallah, dass das sage, eigentlich umgehend. Wenn Gott nicht hilft, wer bin ich überhaupt, dass ich mich da einmische? Der war heute fix und fertig. Er sagt, ich bin so ein Vollfoss und macht einfach mit. Wallah, der bereut das vom tiefsten Herzen. Ich wollte nicht lachen, Wallah. Guck mal, Engel, sobald die Medien gegen dich sind, Bruder, ist das sehr schwierig, Alter. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber ich sage dir auch offen und ehrlich, meiner Meinung nach, die sind falsch damit umgegangen. Dieses nicht live kommen und dann so, ja, ich habe telefoniert, der ist in Abschiebung. Und mit sowas sollte man keinen Spaß machen, Mann. Ist nicht korrekt. Wallah, Bruder, ich misch mich da gar nicht rein. Auch viele sagen die Management und so, aber ich kann nicht jemanden beurteilen ohne Beweise. Deswegen, ich bin da... Aber weißt du, was ich schade finde, ist, dass die Momo als Sündenbob machen. Was kann Momo dafür, wenn ein Manager die sperrt oder was auch immer? Verstehst du? Ja, nein, nicht so direkt. Aber es gibt schon, wo Arawad gesagt hat, du weißt, die wahre Geschichte tut ein Hand auf Koran. Hat Arawad gesagt, Momo hat gesagt, nein. Er hätte sich distanzieren können, ne? Barelo seinen Hype schneiden, bei dieser beste Zeit mit Barelo-Match, gut Geld machen. Damals haben die mich ausgestoßen. Was habe ich gesagt? Gott ist groß. Mein Fehler, aber ich hätte nicht seine Frau beleidigen dürfen. Ich hätte es nur Gott lassen müssen. Siehst du, was passiert ist? Ja, aber bei Ihnen, der macht ja sein Ding, Bruder. Den geht es ja gut, den geht es ja nicht schlecht. Verstehst du, was ich meine? Mit den Fingern auf jemanden zeigen und zu Unrecht verurteilen ist nicht korrekt. Und ich glaube, du warst oft im Leben, in welchen Situationen, wo du beschuldigt wurdest, was nicht korrekt war? Seit der Geburt war nicht beschuldigt. Verstehst du, was ich meine? Beschuldigt und hässlich? Seit der Geburt bin ich nicht von geschuldet. Sagt ein übergewichtiger junger Mann zu mir, ich schaue nicht gut aus, aber selber schwitze wie ein Wildschwein-Baby. Weißt du, wer richtig traurig war, dass wir keinen Kontakt mehr haben? Was denn? Mit ihm. Echt jetzt? Ja, Wanda. Der hat so gesagt, wir holen den hier und wir machen Heere und so. Das war richtig traurig. Was, besser oder andersrum? Ja, das war überhaupt. Davon崙lichkeit nicht definitiv ?.